Einige Deutschen wollen sie. Einige? Niklas wollen sie. Einige Leute wollen sie. Ich kenne sie. Das sind normale Schuhe? Ja, natürlich. Ich denke, dass sie alle umgekehrt werden müssen. Schade voll. Es gibt keine seiner Lippe leider. Was ist mit Crocs? Crocs? Definitiv nicht. Closed Crocs? Closed? Closed? Ich bin stecken geblieben. Bisschen zu spät. Alex und Mopos kommen aus dem Aufzug. Die waren 15 Minuten im Aufzug. Das ist normal. Echt? Ingeblich, ja. Mit dem hier? Nein, mit dem anderen. Okay. Ich fahr nicht mehr mit dem anderen. Ich hoffe, ich darf stecken. Hallo, hallo. Willst du hier rausstecken? Nein. Bist du anders als die anderen? Ich kann es auch noch umtauschen. Ja, du musst so ein paar Wiese verfahren. Wir hatten die drei Frühlingsräume. Ich kann es nicht sagen. Das ist nicht schön? Das ist Vantan, oder? Das ist Vantan. Also, Frühlingsräume mäßig. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das erste Mal links. Das sind wir heute. Let's go! Hallo! Hey, Roman mein Bester. Ich hab was vergessen. Kannst du mir das vielleicht holen, bitte? Prack Roman Kissen. Bis gleich, danke dir. Hast du auch noch mein Kissen? Hey, Roman. Ja? Flo, sein Kissen auch bitte. Danke dir, bis gleich. Was? Willst du zuerst dich einspielen und dann reden über Nuke? Oder willst du... Ich bin... Ich hab eigentlich schon eine Stunde vorher gespielt. Ja, du brauchst schon gespielt. Dann lass jetzt kurz... Jungs, lass kurz rausgehen. Wir reden über Nuke, okay? Muss ich noch den Typen neben dir antippen. Wir gehen kurz raus und reden über Nuke, okay? Und dann kommen wir wieder und dann ins Wort. Drei Hotsocks. Ja. Der sieht. Mann. Immer werde ich gefilmt, wenn die Sonne in mich guckt. Guckt die Sonne in dich? Ja. In meine Seele. Boah. So Pizzastangen oder so. Vitamin D, hier kommt Vitamin C. Alles, was er braucht. Wir starten CT. Wir gehen über die T-Seite durch. Der Lobby-Spieler Mopos. Test auf dem Silo. Fast jede Runde auf dem Silo. Alex außen und Sanpajos und Davici sind so die Flex-Spieler. Je nachdem, was sie spielen. Wir müssen einfach nur gut stehen, gut rotieren, gut besprechen. Wir hatten letztes Mal sehr viele Chaos-Runden gegen die mit ganz schlechten Rotationen. Das darf heute nicht passieren. Das wird sonst ein Debakel. Wenn das passiert, dann schreie ich euch aber sowas von die Fresse voll von hinten. Das könnt ihr aber glauben. Dann nehme ich sofort eine Time-Out. Dann wird eine Time-Out dafür gewastet, dass ihr aufwacht. In der Main, dass das stimmt. Er startet der Main quasi auf der anderen Seite, Richtung Außen her, okay? Aber wir machen das Beste draus. Das liegt nur an uns. Wir können nicht auf andere Teams hoffen. Wir sollen auch nicht auf andere Teams hoffen. Oder Resultate. Wir spielen einfach unser Ding durch. Wir nehmen auch sein. Du oder da jetzt, Leute. Deswegen, alles geben. Wir gehen rein. Noch mal ein bisschen warm-up. Dann könnt ihr Pissen gehen. Ja. Ja. Einfach so. Wenn ich wieder eine Runde nenne, dann... Escucha la Musica! Irgendwas bei Musikern, glaube ich. Musica! Musiker! Musiker! Gitar! Si! Kugar! Es hat aber gesagt, ich möchte Musiker oder was. Irgendwann. Escucha la Musica. Ich weiß nicht, was ich genau bedeutet, glaube ich. Boah, 1 AP. 1 AP. 1 AP los. Es ist geschlossen. Nein! Tee-Sack! 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 I know Main! Ich bin auch cheating! Ich geh hinter den Schock. Nice! Tee-Sack! Tee-Sack! Nice! In Zähler-Klasse! Vamos! Der ist aus und jetzt er hat den Zielbau. Der ist aus und jetzt er hat das Zielbau. Tarusha? Das ist der Unten-Spieler, das ist der Schatz. Schatz! Nice! Es geht direkt weiter. Sehr gut. Weiter geht's. Main, down. Auf hat. Auf hat low. Auf hat down. Noch ein Auf hat. Tür, Tür. Kio, glaube ich. Kio, Kio. Immer wieder. Immer wieder. Letzter Side. Aber heaven. Kann schon. Ich hab auch meinen Weg. Jaaaa! 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 Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Die, die, die... Jaaaa! Jaaaa! Also, erst mal sowas, das ist das. Wir haben uns alles angeschaut, erinnert euch Death über B. War ein geiles Game, Leute. Ich will jetzt aber noch ein geileres Vertigo. Und ein geileres Vertigo ist einfach, wenn wir als Sieger rauskommen. Viele Runden gerade, in denen wir keine gute Kommunikation haben, die uns die Runde gekostet haben. Schafft er nicht, oder? Schade, Mann. Ja! Sehr gut, Tizi! Geil, Tizi, Mann! Komm, ich swing jetzt, weiß ich. Ich fake, Mann. Ich hab keine Worte. Ich hab nichts. Nice! Super! Ey, gar kein Josef, Mann. Du spielst so hundertmal besser jetzt gerade. Wirklich, Mann. Wir spielen hundertmal besser, Alter. Junge, wir haben den getimt. Die haben sich einfach gelacht, Alter. Das wird perfekt, aber... Weiterhin proaktiv bleiben, Leute. Lasst die Köpfe nicht hängen, okay? Du bist doch nicht gewonnen und haben nicht verloren. Ganz wichtig. Die haben jetzt vielleicht 13 Runden. Das mag vielleicht ein bisschen düster aussehen. Aber ein kleines Momentum, kann das sofort wieder rumdrehen. So wie gerade Tizian. Zwei Kills. Die Runde war sehr secure eigentlich. Let's go! Die Runde ist noch nicht zu Ende. Nur weil wir vielleicht gut drei gegen zwei oder so nachhaben. Full Fokus von Anfang bis Ende. Auf geht's, Jungs! Durch schon! Elek durch! Elek! Ich nehme die Dupree. Nice. Ich smoke vor dich, Josef. Und weiterhin, Leute. Runde für Runde. Wir haben gerade Tizian Rupi 2 oder 3 in der Folge gewonnen. Das können wir wieder machen. Und dann steht es noch einmal 13-14. Wir sind noch im Game. Haltet die Köpfe oben. Brust raus, Leute. Kommt vor. Spiel weiter mit Konferenz, Freunde. Ja, lass die ficken, Alter. Die sind nicht besser als wir. Und wir wissen genau, was die machen, okay? Let's go! Halt! Komm hoch! Der rennt mit dem Eifers. Komm hoch! Komm hoch! Kept noch drauf! Freu hoch! Ja! Wuhuuu! Wuhuuu! Kommen wir nochmal zwei mal. Jetzt habe ich Angst. Wir bleiben stecken irgendwann. Der ist wieder im Betrieb. Der ist wieder im Betrieb. Warn euch da ausmachen. Guck mal, ihr habt Akkuschrauber. Das ist ein Akkuschrauber. Na, Warn. Ach so. Ich muss das hier anziehen, okay? Da ist keine Arme drauf, aber... Du meinst dreckig. Dreckig. Was? Das dreckige. Echt? Das ist der goldene Akkuschrauber mit meinem Sticker drauf. Zack. Der goldene Sticker kostet auch nochmal einen Fuffi oder so. Ich weiß nicht. Ja. Das ist ein Acker. 1.500, 1.800 Euro. Ja. Ja. 16-1 oder so. Ich spiel nicht warm. Unser Duell kommt. Kannst du auch gerne gegen Blizzle zusammen spielen? Da hast du gar keine Chance. Es kann sein, dass es hier übertragen ist. Wir können wirklich retten. Ja, okay. Machen wir. 200 Euro. Ja, auf jeden Fall. Ja? Sofort, was du willst. Okay, 200 Euro. Wir beide gegen dich? Ja. Okay. Ich muss gerade wissen, Stefan. Hol den Netz ran. Hier auf dem Server. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Weil er schuld ist. Wir auch gegen Johannes gespielt haben, ne? Ja, aber Johannes ist schlechter als ich. Der hat aber gar keine Chance. Aber ich habe doppelte Quote, ne? Ich bin selber zu zweit. Nein, nein, nein. Du hast gar nicht gesagt, wir haben keine Chance. Das ist Spaß. Okay. Guck mal die nächsten. Das ist ein bisschen damit. Achtung, da haben wir noch. Von dem D. Nein. Wir sind geblockt. Aber 25 Sekunden. Doppel raus, da Hans. Und zwei von dem durch. Nice! Ammer Neck vor, ne? Nein. Komm. Zeit, letzter T-Shirt. Schade, Mann. Super gespielt haben. Sehr gut, auch gut gespielt haben, ja. Hör mal kurz zu, warte. Was ist das Rad? Wenn wir die neue Erfindung gegen die, mit irgendwelchen Karten, mit dem 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 Laser oder so, ne? Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Vielleicht werden wir mit der Ausrufe. Nice! Nice! Ne, ist das immer so Karotten? Ist nicht so Johannes Dinges, was wir mitgebracht haben. Nicht so ganz kurz. Wir haben schon geschält, na? Ja. Und wenn sie Enze machen, dann kommt nur einer mit raus, ne? Der wird ihnen den Turken schickt meistens, ja. Und die haben halt diesen B-Pop, wo die... Ja, B sieht halt sehr, sehr komisch aus manchmal, aber... Ne, was ist man bei B-Pop? Sellerie, oder? Ja, ja. Sellerie, oder? Alle möglichen Sticks, auch sowas. Sellerie ist trotzdem super wohl. Mit Karotten und... Sellerie und so ein Dipp. Ja. Weiß nicht. Und schöne Chicken Wings. Ja, genau. Bist du rein, oder? Er möchte, dass es nochmal schmeckt. Nein, 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 nein. Ich hab... Mach mal auf, bis wir fahren. Ne, wo auf? Ne, wo auf? Ne, wo? Ne, wo? Ne, wo? Ne, wo? Der Pickup ist auch insane, Alter. Der Pickup ist geil. Aber ne, ich mein, dieses KitKat, diese Fette und so. Und man als Eis hessen. Als Eis? Chunky? Ja, Chunky heißen. Eis? Ist als Eis. Habt ihr mal... Mit so einem harten Riegel. Kann ich gar nicht. Insane. Habt ihr mal Toastbrot gemacht? Und dann so ein Kinderriegel drauf gemacht? Und nochmal den Sandwich Make-up? Das hab ich gemacht. Es schmeckt insane, oder? Aber man darf nicht zu viel nehmen, weil sonst kommst du überall raus. Ja. Ja, alles mein fetter Hatsch. Danke. Arschloch. Ich brauch... Ich bin auch beleidigt, Crystal. Du hast für ihre Bereiche... Hast du mit Faker drauf? Ja, dann gehen wir mit Faker drauf. Ja, dann gehen wir mit Faker drauf. Weißt du warum das so ist? Du hast meine Farbe nicht. Kannst du da reinkommen. Keine Antwort. Hey, Shadow frei, anders Tempel. Ich geh Tempel rein. Tempel rein. Tempel schauen. Gibt's mit den Fakern. Gibt's mit den Fakern? Gibt's mit den Fakern? Nice. 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 Wow. Ich glaub, du hast gemodelt, nur weil du irgendwas modeln wolltest. Ja. Cut fake, Alter. Hast du dich geblendet damit du zieht? Nein, nein. Aber ich hab gebrannt. Wege tot. Amen. Ich hab eine P. Nice. What the fuck? Geil. Gut gehandelt zieht sich. Ich hab mich selbst geflasht. Achso. Nice. Ja, das war so. Das ist auch gemacht in der Analyse, gell? Ja. So. 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 So.